Jo Leute, wir sind wieder da beim Let's Play Elden Ring No. 7. Oh ja, wir haben ja im letzten Teil den Mr. Godric geholt. Jetzt zeigt es uns dann in diese Richtung. Jetzt holen wir auf jeden Fall mal die Karte. Und dann würde ich sagen, und zwar gehen wir... Vielleicht noch ein bisschen hier abchecken. Vor allem hier, was so abgeht. Und dann nach hier. Bevor wir hier weitergehen. Und dann vielleicht auch hier unten. Je nachdem. Also gut. Uh, da geht es ja ziemlich weit runter. Ich werde wohl nichts mit schnell runterspringen. Aber da lang, es ist eine Kirsche. Friedhof. Schaut mal die Kirsche ab. Genau deswegen. Checkt auf jeden Fall jede Kirsche ab, denn dann findet ihr die Heilige Träne und... Diesen hier. Runde. Bisschen Wissen. Zehn Runen. Ziemlich viel, aber okay. Zauberei beibringen. Das ist gut. Nein, das ist aber speziell großartig. Tausend. Schimmerstein Kiesel. Zauberei. Schimmerstein Geschosse. Weißheit Zehn. Oh, der ist gut. Kommt, den holen wir. Was haben wir hier? Feiert einen horizontalen magischen Bogen ab, der sich ausbreitet. Schafft einen ständig, dass dem Geben beleuchtet. Das brauchst du nicht, aber den holen wir noch. Also den können wir verwenden. Entschuldigung. Entschuldigung, mein Freund. Ich bin froh, dass mein Leben der Sorgen ist eine Verbesserung für deine Gehörigkeit. Oh, genau. Ich kann dir sagen, was ich wissen, was ich über diesen Ort weiß. Das sollte ein bisschen helfen. Okay. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Rio Lugaria, where we study glimstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now. Okay. Ich habe sie erklärt, dass sie nicht interferen mit dem Schatten. The Academy cast rappellingen Seals auf die East Gate, leading zu der Kapitel. Und die South Gate, leading hier. Und hier, wie du vielleicht gesehen hast, die Seals sind noch aktive, macht die Entschuldigung in der Akademie nicht möglich ohne Glimstone-Key. Und hier, ein schlussender Sorgen, mit kleinem Chance auf eine Gehörigkeit. Wenn sie die Seals auf die Seals, habe ich einfach rausgebracht. Voll verkackt, he? Und hier, ein schlussender Sorgen. Okay. 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 Jetzt hat es nichts mehr. Also wir brauchen einen Schimmerstein-Schlüssel, ne? Den brauchen wir, alles klar. Dann wissen wir, was zu tun ist, für zumindest in den Norden zu kommen. Wie kommen wir denn da hin? Ist das die Schule, woher meint er? Steht noch gar nichts. Könnte diese sein, ne? Kann man von hier rüber. Wenn das diese ist. Irgendwann hier diesen. ne? Ja. Okay, alles klar, alles klar. Kristallknospe Werben der Stein Untoten Untote der Untoten Friedhof Alles klar Wir gehen mal hier abwärts Und holen uns die Karte Jetzt gibt es da eine kleine Festung Äh, mal sachte gern Lachhaft Handbuch, Schimmerstein, Netz Machen der Sehr schön auf meinem hohen Ross Läuft das noch Gibt es hier nix mehr Nur eine kleine Festung Ihr hört, ich bin immer noch ein bisschen verstopfte Nase, Alter Und da ist schwörs, das gibt mir so auf den Sack, ey Oh, das wird dann wachender Zack Verlorene Glut Oh, Verkäufer Da was? Kleine Nische Kleine Nische Oh, der ist gut Ich glaube, der ist für Zauberei Oder? Ich glaube schon Holen wir den Astrologenrober Ein geiles Schild 78 plus Noch diese hier Und ein paar Pfeile Gut Gut Die Laterne könnte ich auch noch mal holen Vielleicht kann ich was verkaufen eigentlich Ich weiß doch nicht so wirklich, wie ich das hier Zeug handhaben soll Hm Und das hier Das bald ich sowieso So, kann ich von hier was verkaufen Gut, das ist jetzt nicht so viel Auch nicht wirklich viel Das könnte ich verkaufen Das können wir verkaufen Das auch Das behalten wir doch Es gibt sowieso nicht viel Sonst habe ich hier nichts mehr Durch das Sumpf Wasser Ja, ordentlich Ja, könnt ihr anrufen Anrufen und Zauber lernen Stabausrüstung, Zauberreinzüge Heilige Siegelung Okay, mal schauen So Eigentlich Schnellimentar Nein Ausrüstung Ist dieser Stab Vielleicht müsste ich diese noch Irgendwo auswechseln Das kann ich ja jetzt Ja, das muss ich an Ja, das muss ich an Dings machen Ja, das muss ich an Lagerfeuer Lagerfeuer Schauen, ob das jetzt funktioniert Yeah Geht doch Oh, shit Yeah, da haben wir eine Karte Cool Zauberei haben wir drauf Nice Gefällt mir Wir haben den richtigen Stab geholt Okay Okay Nicht zu viel Ist ein bisschen Wasser Hier ist ein geiler Baum Puh Okay Gibt es hier gerade noch was Das ist ein Dings Hier könnte ich doch schnell Gehen Der soll nicht zu viel Okay Also Jetzt Gehen wir Irgendwo Hier wo konnte ich hier abbiegen aber hier war das verliert kann ich hier nach rechts genau zeig mal scheiße überlebe ich das von hier ich glaube nicht fühlt sich ein bisschen schwerer aber merke ich gerade wurscht ich wollte nur seine sprunghaftigkeit ausprobieren dann müssen wir zelle vielleicht hier ich halt diese runde machen genau von hier aus da ist wie eine gazelle wie eine gazelle jetzt muss ich irgendwie da rüberkommen, ohne zu sterben. Das wird schwierig. Also, Geronimo, Leute. Wünscht mir Glück. Oha. Vor allem hier. Oha, shit. Ah, die bewegen sich nicht. Oh, ich dachte, die gehen voll ab. Oh, hier gibt es ja noch einen. Nice. Setzen wir uns hin. Genau, hier lang wollte ich. Wilddrachentalisman. Oh, oh, was geht hier ab? Sturmhügel. Zu offenes Areal. Könnte bestimmt ein Drachen sein, der da kommt. Also, was Grosses, ja. Aber das Pferd kann ich leider nicht rufen, schade. Oh, hopp. Oha, zwei. Ey. Oha. Shit. Oha. Zwei, drei. Ja, ist gut, Alter. Übertreib's noch. Boah. Drei Stück, äh, wo bin ich hier? Ich bin auch nicht bereit für diese drei Stück. Wie zielt denn der? Boah, shit. Genau, auf mich zielt er. Oha. 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 Was ist das? Da ist er jetzt da rüber? Ich hoffe es war ab. Sturmhügel. Bin ich jetzt? Ja, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Sehr schön. Mal schauen, was da abgeht. Kannst du die Tür aufmachen. Heiliger Turm von Unim Grave. Ich bin ich hier auf. Ich bin ich hier auf. Ich bin ich hier. Ich bin ich hier. wo jetzt soll ich hier was machen oder so ok Ok, ja noch nichts interessantes, also zumindest jetzt, ich habe ein Loch, vor sich Aufzug, oh ok. Oha, wie hoch ist denn der, jo, über diese scheiß Wände, ich schwöre es dir. Oha, die sind ziemlich nah, die sind ziemlich nah am Baum, eh. Aber schauen, was hier auf dem Turm abgeht. Ok, was ist das? Die Kraft an der grossen Wude wiederherstellen. Was habe ich jetzt gemacht? Das ist ein Finger, zwei Finger. Was habe ich jetzt gemacht, Alter, keine Ahnung mehr. Oha, shit, schon wieder verkackt. Ok, hier ist der große Turm, mehr gibt es eigentlich nicht hier. Okay. 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 Jetzt nichts mehr. Okay, dann können wir wieder nach unten gehen. Okay. 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 schon besser schauen wir hier noch schnell die Brücke ab da vorne, ob es da was gibt die Vögel Bösser Vogel Bösser Vogel Sticks Schuss Blödsinn 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 Ok, ah, da ist noch was, Sturmfalkenfeder, gut, also jetzt müssen wir wohl Hütte am Sturm, hier, dann können wir da rüber, ok, schauen wir uns hier unten noch um, flaschen, 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 gerade, Stärken, Yes, wurde erhöht. Dicht genug ist, ob noch eine fehlt oder so. Ok, also jetzt gucken wir mal hier, was gibt es hier, könnte vielleicht hier lang, wo Dicht? Keine Ahnung, Keine Ahnung, Keine Ahnung, Keine Ahnung Hey, hey! Was ist das hier? Was hat die zu sagen? Hände zeigen Oh, bless you Head to the foundation of gold. Goldene 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 Das ist ein Schaden. Hier ist es ein Schaden. dieser Sturmal, nice, kann ich hier runter nehmen, der ist zu hoch, viel zu hoch, also hier geht es momentan auch nicht weiter bis ich da raus finde was ich muss machen ok, dann gehen wir hier oben rum weiter hier flädenhäuser hop dann hier lang, hier, 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 so, da lang. Ist das auch eine Burg, ein Schloss? Eine rote Statue, die wir so durch...oh shit! Oh, ich! Ein rotes Phantom, ey! Alles klar! Ah, ich war schnell, ey! Oha! Oh, shit! Ganze Power, ey! Opa! Ui! Shit! Uah! Ui! Zack! Ja, was willst du machen, verpiss dich, ey! Mit dem Krumfinger, der du landen, hinterlasst ihr ein rotes Rufzeichen. Okay, in anderen Welten können euch mit diesen Zeichen in den Wettkampfverspiel berufen. Wird der Finger zu besiegen, den er euch gerufen hat. Okay. Hammer Talismar. Cool. Was hat der zu sagen? Der kommt doch einfach durch kämpfen, sonst krieg ich ihm jetzt ein bitteres Ende. Also warum, warum? Aufführen und hat er gerade, wenn er sich diesen Zeichen nicht öffnet. Ist zu, ey! Lügner, oh, Lügner! Lügner, oh, Lügner! Kreiset nicht die Nachricht. Rumschauen, ob es hier was gibt. Snoop. Das ist fertig. Schauen wir schnell auf der anderen Seite. Schauen wir schnell auf der anderen Seite. Hoop, hier ist nichts. Auch nichts. Höö. Ö. Und hier ist nichts. Ja, das ist nichts. Gut. Weiter geht's. Ich weiß nicht mehr, wo diese NPC ist mit dieser Puppe. Irgendwo war doch eine NPC mit einer Puppe, die ich ja gefunden habe. Aber ich... Keine Ahnung mehr, wer das war. Was ist das? Eine Lavaschnecke. Einfach so hier. Oh, ich hör da was. Es warst. wa пожalt. Nichts! Dankeschön. So, hier. Gut. Ein kleiner Ritter. Mal schauen, ob wir den schlagen können. Eine riesige Lanze hat er. Das war Pesch, Alter. Schade um dein Pferd. Goldene Schuhe. Geil. Oh, hier war doch irgendwo diese Dinges. Triaslili. Die Wohr, muss hier alle Hüle sein oder so. Was ist das? Pugwee. Ah, Flugveter gibt es hier einfach. Das Teil ist da. Äh, hier. Yes, hier. Umfassbar, unser heiliger Ruhestädt ist entweit. Sich dem Ruf des Erdenbaums zu weigern, um dem Tode weiterzuleben. Abscheulich. Da. Da, da, da. Todberührte Katakomben. Verlorene Gnade entdeckt. Schauen, was hier so abgeht. Das sind Verschlösen. Da haben wir Skelette. Jetzt ist er kaputt. Da, ja, noch nicht. Jetzt ist er kaputt. Jetzt. Das ist er kaputt. Fall damit. Fall damit. Gut. Schwer, Schwer, Schwerterlin. Okay. Diese Blumen einsammeln, auf jeden Fall, ist hier hinten. Gut. Wuschigata, oh, okay. voll wie faust da, ah jetzt ist er runtergefallen da guckst du blöd he, steh auf da da guckst du blöd he, da guckst du blöd he, da guckst du blöd he wow ouch immer aufpassen, aufpassen, ey, aufpassen, ey ey, siehst du, genau das meine ich, oh da gibt es einen Hebel ui, wie du kannst schnell passieren, ist man es verkackt blutrose, da gibt es einen Schalter da, jetzt warte mal ist noch der dran sobald sie müssen viele sind, muss man immer aufpassen wenn der Gegner schwach ist, so aus Knochen besteht boah, ich habe noch einen Pfeil im Arm hier irgendwo hat sich eine Tür geöffnet, ok also ab nach oben cool, da bin ich schon aufpassen, 3, 3, 1, 2 so wie es riskieren aber ich hole wenigstens noch 2 Flaschen auf jeden Fall das holen wir noch eigentlich die Dungeons sind ja nicht wirklich groß also außer warte, ich könnte schnell die Laterne kaufen gehen das müssen wir schnell hier raus wo war die? hier unten die sind nämlich praktisch ich gehe schnell zu dem Alter kaufen und werden sehr gut und noch ein paar Pfeile so, gut so, passt doch wo war es jetzt? hier ok, jetzt ist es gut schau uns mal an was wir für einen Mini-Boss hier haben was Skelettartiges vielleicht den Ritter Assassine der schwarzen Klingel ok uah u piss uuuh ich habe den fast nichts abgezogen, oder? uahl der ist schnell jeden Fall Oh, der weischt aus, der Arsch, 24 Uhr, gar nichts hat abgezogen. Oh, das gefällt mir, das gefällt Papa. Oh, zieht fast alles ab, aufpassen. Oh, das gefällt mir, das gefällt mir. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ah, verdammt! Jetzt mal gucken, was du noch zu sagen hast, wenn ich dich da aufschlitze. Gegner zu Fall gebracht, Assassinen-Purpur-Klinge. Nice. Was haben wir hier schönes nachher zum Eingang? Und jetzt noch die Schatztruhe. Todeswurzel, geil. Todeswurzel, sonst haben wir nichts mehr. Gut. Okay, haben wir hier den kleinen Dungeon gemacht, sehr schön. Okay. Dann wieviel hat der? Na 1000 Vionen ist so viel. Das gibt es hier oben. So ein paar Leute, die er killen kann. Nööööö, nööööö. Ui. Oh, wir hoffen hier um zu fuchteln. Das gibt es doch nicht. Genau, gehen wir da nach unten mal schauen. Hier war ich ja schon. Hop! Hop! Ouch! oi oi farai oi 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 warte schnell oi 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 scheiße so jetzt du arsch droppte was droppt gar nix vielleicht ich kiste bestien dreig schild zeigen wir schnell ausrüsten so d da will noch jemand haue oh du Arsch du dich hier oh da war ich schon nicht nach oben ne hier ist auch nicht viel oh oh oi 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 blöder und oi 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 da gibt's auch noch einen kallier ist hier hier ist oi oi hier da ist kallier ist leine Hello again! Bherade! Stürmklinge! Oh, das geht jetzt nicht mehr. Die Haaren schwer. Stampf ist geil. Das war schon wehlich. Ich bin gefreut Geschäfte zu machen. Die Schieft. Jetzt sind wir hier. Hütte des Kriegsmeisters. Schauen wir, was hier noch weiter geht. Da schreit jemand rum irgendwo. Ah, der hier. Diese drei Stück hier sind. Verrückt, verrückt. 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 Ja. Verrückt. 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 Das ist gut. Wenn wir in diese Richtung weiter gehen, wahrscheinlich hier oben, was gibt es hier oben? Ah der da schreit rum. Okay, ja. Der schreit rum da. Oh shit. Also zu Pferd ist schon ein bisschen besser als zu Pferd. Oh shit. Oh fuck. Ja gut. Einmal unvorsichtig. Wie viel gibt der? Das habe ich gar nicht geguckt. Der gibt schon ein bisschen. Was haben wir hier? Stärkeknoten Kristallträne. Gell. Gut. War ich jetzt da schon vorhin? Hier oder? Habe ich den jetzt geholt, weil ich den erledigt habe. Keine Ahnung. Uh, Friedhof. Weiss ich ja schon. Nee. Oha. Oha. Fast drauf gegangen. Oh. oi okay okay Okay. Es gibt Sion. Beflühen wir uns. Ah, das ist der Typ, wo er hier herunterspringt. Stimmt. Nicht hier hoch, nee. Er jammert hier so. So, hier hinten. Oh, die sind doch. Komm, deine Rune hier. Ich bin jetzt wieder gar nichts ab, dann. Hopp. Komm schon da rüber. Nee, nee. Nee, da komme ich nicht hoch. Das ist dein Problem. Gut. Jetzt kommen wir in die andere Richtung. Wo war das noch gleich? Ja, irgendwo da, der. Hopp. Genau hier läuft. Gut, die habe ich auch. Hier vielleicht noch was? Nee, da. Nichts. Okay. Hui. Aha. Das war da wie eine Falle, damit sie sich hören. Okay, alles klar. Alles klar. Da ist ein Big Boy, he. So, jetzt holen wir uns den hier noch. Warten uns auf. Brauchen wir sechs schon, ne? Oha. 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 Oh. Ich dachte, der wäre stärker. Schmiedestein. Ja. Schmiedestein. Okay, also gut. Geben wir hier lang, ne? Schmiedestein. Mal schauen. Gibt's hier. Gibt's hier. Wo ist der? Hier ist er. Ist da nach unten. Ein lieben Grave. So, diese abartig böse Schildkröten. Noch nie so was Böses gesehen. Das sollte eigentlich PETA verbieten, ne? Die böse Schildkröte gibt's einfach nicht. Uh. Da habe ich einen Bären. Das sollte verboten werden. So, noch ein Baum, ne? Hopp. Hopp. Oha, fuck. Und doch zu hoch, ne? Schade. Verkackt. Die feuer hat mich geliswetter. Oh. Hey. Fuck. Oh, ist er gut. Uh. Oh. 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 Hey. 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 Hey, are you here as a customer? Natürlich bin ich als Kunde hier. Okay. Hm. Ich muss auch ein bisschen Kohle holen. Komm ich hier runter, dann sterb ich hier auch, da komm ich, bei den Bären. Ja, hallo. Ah, fucking Insekten da, ey. Oh, hier gibt's einen. Hotspot. Gibt's noch einen Beet. Hotspot. Ich kriege instinkt. Nice. Svaita da Ru... Was macht die hier? Oh, ist auch noch ein? Oh, da ist ein Riesenbär, zack, zack, oh shit, da ist noch einer, ich bin gern noch einer, okay, shit, oh shit, schnell weg hier, oh, sorry, ich wollte dich nicht wecken, fuck, oh, oh, was geht mit der Bär, der Bär ist los, shit, war der aggressive, der war ziemlich sauer, es gibt gar nichts, hier gibt es ja zwei, drei gesprungene Stachelsträne, grüne Kristallträne, hier geht cool das war's okay, schauen wir zu Schallung, oh, hier ist noch jemand, niederer, wo ist denn der? hier was für niedere erdpalmen ich habe diesen hier oh oh hm hm kinaan ich sehe gar nix Was zeigt es denn da an? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich höre noch was funkeln. Oder nicht. Oha, was ist da? Was gibt es denn hier? Brunnen am Siophira. Was gibt es hier lang? Was gibt es denn hier? Wo bin ich denn hier? Eine andere Welt, ey. Oha. Geil. Da haben wir einfach so schnell eine neue Welt entdeckt, Alter. Siophira. Was gibt es denn hier für Gegner? Pflanze. Taube. Letztes. Herba. Ich will mal schauen, was es hier für Gegner gibt. Und wie stark die sind, das kann man ja immer ein bisschen einschätzen. Der Bereich zu stark oder, also ob ich genug stark bin oder zu schwach bin. Je nachdem, mal schauen. Ui. Nicht gerade wenige. Ui. Nicht gerade wenige. Bitteschön. Kommen Sie. Sir. Schauen. Noch ein bisschen vielleicht. Ja jetzt. Ja. Die sind schon ein bisschen stärker. Okay. Sie sind jetzt zwar nicht stark an sich, aber das waren jetzt fast eine ganze Durchschlagseite. Oha. Fast tot. Oha. Schon wieder fast tot. Boah. Boah. Hier muss ich. hier bin ich noch ja ich kann mich schon durch kämpfen und so aber es wird schon ziemlich ziemlich schwierig weil die ziemlich was aushalten die leute hier 1000 füßler ich denke mit dem warten wir noch haben wir noch schnell das jahr das hier und dann verpissen wir uns ja wie gesagt könnte man jetzt durchgehen aber wie ihr gesehen habt da bin ich zu viel draufhauen könnte schwierig werden ich bin warten wir mit dem noch ein bisschen aber geil komplett neue welt einfach so entdeckt zähl mal schnell doch noch das habe ich nicht das gleiche reitergeiss das habe ich stärke 19 kraft ist 18 die wätswärze krummes grossschwert der wätsch auch geil Das ist der böse Grizzly-Bear. Geh mal weiter hier, was hier abgeht. Gehen wir zum Strand, eine Riesen-Krabbe, es gibt wenigstens 400, die ist gut, 300 Streifen weißes Fleisch. Oha, da ist eine, ah, noch eine Krabbe. Okay, das ist jetzt ein bisschen weiter Weg. Aber es sieht schon geil aus hier. Ich gehe mal hier weiter, könnte das eine Kirsche sein oder, ja, schauen was es hier gibt. Das habe ich eh noch schönes. Selbstbestimmt. Gut, deren Effekt. An Orden der Gnade könnt ihr zwei Kristalltränen in der Flasche der wundersamen Arznei mischen. Geil. Flasche der wundersamen Arznei. Okay, das klingt interessant. Heilige Tränen. Geil. Geil. Noch schauen wo. Da ist ein Big Boy. Gehen wir hier lange. Oder warte, gehen wir schnell da abchecken, was es da hinten gibt. Gehen wir gleich hier ums Eck. Der ist tot. Oh, da ist ein Grizzly Baby. Oha. Ich gehe nie her ab, Leute. Schau ab. Das ist euer Krieg hier, nicht meiner. Das ist nicht mein Problem. War ich jetzt schon da? Zeig mal schon. Ah. Da sind Leute in der Nähe. Ah, da oben. Komm ich da nach oben? Da. Ich will da schnell nach oben gehen. Seht ihr, das ist genau wie ich meine. Siehst du hier was? Siehst du hier was? Ei, ei, ei. Zu geil das Spiel. Zu geil, Leute. Hallo. 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 Ist jemand da? Jemand, der interessiert sein könnte, der große Kenney-Kleit. Fortschritt? Wer bist du? Aber. Nein, das habe ich nicht. Okay, das kann man machen. Ein Abschiedsguss. Hüppiges Fest, okay? Ein Fleck den Jäger machen. Ein Fleck den Jäger machen. Ein Fleck den Jäger machen. Dann hat er von Radhan in dem... Dann hat er Melenia verletzt. Er verletzt zu ihr im Kampf. Nur um ihre Brüder zu verletzen. Und um zu denken. Er ist das Blut von Gottfried. Das letzte Ziel. Ja, ich habe ihn schon erledigt. Okay, das war es jetzt. Ja. Okay. Okay. Was haben wir hier? Ach, schnell ein bisschen. Blumen sammeln. Handbuch von Fever. Geil. Handbuch von Fever. Geil. Was gibt es hier? Hier gibt es was? Versteckt? Ne. Hier lang. Boah, da oben ist auch eine fette Burg. Ist das wohl... Er sagte die... Burg im Süden. Was ist das wohl gemeint? Diese hier? Ne. Vielleicht... Vielleicht diese. Kann sein. Keine Ahnung. Bin ich jetzt hier? Oder eigentlich da rüber? Egal. Komm ich hier hoch. Uah. Ne, komm ich doch niemals hoch, Alter. So. Ne. Besser nicht riskieren. Besser nicht riskieren. Besser nichts riskieren. Nein. da weiß ich zwar noch nicht wo ist das diese richtung ist zwar noch ein baum da gibt es auch noch was könnten wir uns auch holen ist hier und er zeigt ja den Weg zu einer Höhle oder so nee nicht jetzt Mama Bär da vorne ist Mama Bär komm mach ein bisschen schneller ich habe keine Lust auf den da zum Glück ist er beschäftigt was für ein Glück aber bei dich bisschen schneller ein bisschen schneller weg ein jälen Inge Ah ja, also Wee Axt-Talisman Okay So Und up kids Oh Das sind Schliegerallegier Ich muss vielleicht Mit Wollen wir ein bisschen schneller machen Oder so Irgendwas hat es mit den Dingern auf sich Aber was Ich habe das Gefühl ich höre zwar noch ein Das ist viel zu hoch halt Da Mir da doch da lang Ah da Ist das vielleicht der letzte Bodenschlag Das könnte der letzte gewesen sein Das könnte der letzte gewesen sein Ja 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 Du hattest sogar noch die Ehre mich zu treffen Oh Wir haben einen Geist Was hat der zu sagen Die Halbmenschen wüten weil ihre Mutter entführt wurde Wo seid ihr Fürst Kenneth Der Ritter ist verrückt nach Blut Okay Okay Da könnte vielleicht unser Nächster Hotspot werden hier oben Schauen Ne Zeigt zwar gar nichts Zeigt gar nichts an Schauen Zähne 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 Da müssen wir durch das Tor. Oh, da haben wir eine Goldene und in der Baum. Aufpassen, sie müssen hier auf der Seite aufräumen. Opa! Gut. Schnell hier oben. Yes! Also gut, jetzt bist du dran. Mitten in die Fresse. Nein! Nein! Ich wollte den trinken. Scheiße. Da habe ich irgendwas getrunken. Das ist leer. Scheiße. Da habe ich doch gar keine Chance. Aha, das jetzt. Ich werde jetzt wohl dazu. Festung Heid. Oha. Jetzt habe ich selber in den Arsch geworfen. Das ist alles gut. Das ist magisch. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Und du hast vorhin die ganze runtergeschossen da, du Pizzeli, oh nein du, du kleiner Wichser Oho Aufpassen. So. Blutiger Schnitt. Geil. Der ist gut, der ist gut. Auf jeden Fall. Ich glaube, der zieht aber noch ein bisschen Energie ab. Keine Objekte voraus. Und du? Auf wen wartest du? Ah, geil. Jetzt habe ich alle. Gibt es wieder fünf. Sehr schön. Das finde ich geil. Was gibt es hier? Blutrose. Dann müsste es wohl hier ein Miniboss geben, nehme ich an. Mal schauen. Also, das ist die Festung. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Oh, geil. Shit. Medaillon von Tektus. Links. Oh, geil. Jo, das war's also hier, ne? Gibt's ja nix mehr. Hier habe ich alles, hier habe ich auch, hier vielleicht, könnten wir jetzt versuchen da rüber zu gehen, dann hätten wir noch diesen Teil von der Karte, den machen wir noch, den holen wir uns noch mal. Das heißt, ich will hier hoch... hier lang... ... ... ... ... ... Bohnen Bohnen Da ist ein big boy Da ist nix Oha Ey Selber neu Mit dem hatte ich jetzt nicht gerechnet Aber okay Ist das ne Kirche Schauen schnell Ich glaube zwar nicht Die sieht eher wohl wie ne Ruine aus Aber wir schauen kurz nach Totenwasser Dorf Ne ne Das kleine Kirche Aber was ist das da? Keine Ahnung Auf Die Geht Die 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 und ein grösserer Boss komm ich will jetzt ich will jetzt eigentlich dahin da ist ein Baum das ist ein Teleskop aber ich wollte jetzt eigentlich jetzt muss ich hier nach rechts wow aber es wird ziemlich schwierig da nach rechts zu gehen so einen riesen Bogen machen ist nicht so einfach dahin zu kommen hier könnte eine Kirche sein okay schwelende Kirche invasion durch Anastasia fuck oh oh hey pfuh okay warte oh oh die ist hart im Nehmen oh shit konnte ich den sport noch aktivieren yes ich konnte ja sehr gut also hier wird schon schwieriger hier geht es schon ab hier oben rot da ist schon einiges los in jedem fall schon wieder wieso aha invasion deswegen deswegen oh shit die kleine bitch verschlinger in der befleckten hau ab lass mich jetzt in ruhe was ist denn da für ein vogelmensch oder genau geh nach hause schmetterling da sind wir schon ziemlich nahe jetzt es fault alles fault mit scharlach der boden auf dem kselle steht und sila stand der zauberer sind alle dem untergang geweiht ah ich schaffe es ja hier gut da ist eine burg aber hier wird es schon deftig alter hier bin ich noch zu früh hier ist nur noch tot und leid und alles hier geht es hier ist die hölle los hier ist die hölle los auf jeden fall ooooh oooo oha oha weh was ist da dunkelschmutz Was machen die? Ein Ritual oder so? Eigentlich die Störung Da ist ein Prinsverfolger Noch weiter Wie weit ist ein Teil? Was ist da? Ah, nur so ein Pflanzendingsbums Wo hier muss es sein? Da Yes Verkäufer haben wir auch am Start Geil! Also hier ist die Hölle los, Alter Ganz klar Er zeigt es in diese Richtung Wir können jetzt eben hier lang Genau da Götterbrücke, Mann ey Hier ist Szene, Alter Szene Nur noch Asche und Tod hier das Land Was ist hier? Hier wird es noch freigeschaltet vielleicht Was hat der zu verkaufen? Uh, cool Viertausende Ne, behalte ich noch Wir könnten schnell In die Tafelrunde gehen In die Tafelrunde gehen Also die Karte haben wir schon Ein bisschen ausgeweitet Schauen was hier noch abgeht, Leute Dringende Weisheit, Glauben, Nacht Dringende Heilung Halt kleine HP Ist auch hier nicht schlecht Was sagt das? Die Tafelrunde gehen Die Tafelrunde gehen Was das hier gesagt? Die Tafelrunde gehen Die Tafelrunde gehen So ist er ¡Viertausende! Diese Tafelrunde gehen Oh Wie würdest du es auf den Strenzen Wenn du inkliert und mehr Menschen, die in der Tod leben und ihre Todesrunde leben. Dann werde ich dich an Garenk besitzen. Das ist ein Kleriker. Ich habe meine eigene Zeit, und der Kleriker selbst wünscht, jemanden zu meinen Platz nehmen. Was sagst du? Sehr gut. Show me your map. Ich habe mich für den Ort für dich. Oha. Bestienkleriker. Geil. Wo? Hier sind die rote Markierungen. Ah hier. Okay. Geil. Sogar in der Nähe, wo ich hier schon war. Geil. Okay. Was sagst du? Ich habe mich leider noch nichts geguckt. Ah du bist. Ich habe schon schmiert. Mein Name ist Roderika. Ist das ein Ort in der Rundtable-Hold? Kovat Quartas der zwei Dinge. Ich wusste nie, dass die Gelegenheit auf uns verabschiedet wurde. Dann mach du das. Purpose. Jojo. Oh, hier ist eine Tür offen, Leute. Oh, hier ist eine Tür. Oh, hier ist ein Fingern. Are you that new target? You've done well. Finger listening. I interpret the words of the... Look there. War. The fingers tremble to welcome you. Let their wisdom... Great Elden Ring. Root anchor of all lands. Until it was shattered. The tragic corruption of the Order. Across the realm. The foul curses. But the great will has not abandoned. So it is that the tarnished, brave tarnished, your good seek another to become Elden Lord. Let the words of the Fing... The Geist Room. Cool. Well, a remembrance of Demik, all hewn by the early days. What day are these remembrances, and should you wish to... I will lend you the... The fingers guide us all. And you in tarnished. Kraft vom Echo erhalten, immer gross. Ah, great the children of the goddess, queen, entainted by the strength of their runes. Her children mourned, and so grace was extended, son. The fingers greater will tarnished indeed. The demigods are each and all... Good luck the craft, it was but a distant creation around the litter. His devil... Kraft vom Echo erhalten... Many... Für die Macht der Echos könnt ihr die Kraft des Namensgebers empfangen. Doch kann euch eine Kraft liefern, sobald ihr die Kraft empfangen habt, vergeht das Echo. Okay. Okay. Erhalte eine Macht. So. Also wenn ich das gebe, kriege ich die Axt und das Drachenteil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Okay. Das ist mal gut zu wissen. Immer noch mein Bro. Das ist mein Schatzilein. Weisheit 16. Ja. Und das ist mein Schatzilein. So. 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 Schmiedsteine 6 von 9 Schmiedsteine 3 Schmiedsteine 4 habe ich 2 von 17 Schmiedsteine 3 Schmiedsteine 3 Schmiedsteine 3 Schmiedsteine 3 was gibt es hier die bett buch des assassinen ich denke wenn da offen ist geht es dann nach unten weiter hier vielleicht noch was ah meine freundin Arsenal Talisman vielen dank ok reden wir jetzt mit ah da sind wir bei wacherinnen sagt er ja wahres Mitglied ich bin wie Gideon Ophnir als ein Tarnisch der wünscht sich vor dem Elven Ring und werden Elven Lord ich bin accumulieren Wissen um All-Knowing Sie nun Sie 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 Zuverlässigkeit Sie Sie Entstehen Sie 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 Beide General Radar hat von Selic Eingedämpft Prater Riker, Bord of Gordokken und Gellmere Also fünf Heuer von Landel Herfind und Rinala, Queen of the Full Moon Ruler of Rhea Lucaria's Academy You'll still be after more great rooms, won't you? Über Godric So, Godric the Grafty, despite being the blood of Godfrey, first Elden Lord His castle lies upon the cliff to Lymgrave and what I suspect you know that well enough already Genau, über Radan Rote Löwe und Geister der Sternen sind Grimmiger Krieger Malenia und ihre Fäule in der Wildnis von Cellegrösslich von Lymgrave eingedämmt Ist natürlich von der Scharlach-Fäule befallen ist Und die Hinsicht I've heard, survivors of Radans army are still in the wilds, staving off the rock with fire And if it's true, I suspect Radan is still there as well, in Caelid Though, I doubt he much resembles his former self anymore 5, 6, 6, 6, 6 6, 6 Morgoth the grace given is Lord of Leyndell, the capital city It lies at the foot of the Erg-Tree, in the east of the Altus Plateau But the two fingers forbid us from venturing there Until we've acquired enough great rooms to repair the Elden Ring Set your sights elsewhere, for the time being OK Die Akademie von Rea Lucaria liegt im Nord des Limgraves, um über den Mistladen Landen von Lyernia zu verbreiten. Rinala ist die König der Karrieren Reis, die die Akademie regiert. Aber Rinala selbst ist kein Demigod. Ihr Lieber Radigan hat sie zu werden, um die zweite Frau Marika zu sein. Sie nehmen den Titel von König-Konsort. Die große Rune liegt in der Amber Egg, das war Radigan's gift zu ihr. Nefeli. Ne, also noch fünf. Einen haben wir, gibt's noch vier. Geil. Geil, 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 geil. Oh, ich wollte nicht mit dir reden. Ich wollte hier. Wie viel brauche ich ab, war nur zweieinhalb. Brauche ich noch ein bisschen Flaschen was. Arzneimischung. Diesmal könnt ihr zwei Kristalle trennen in der Flasche der Wundersamen Arzneimischung. Lass sich einherrschen, der Effekt wird selbstbestimmt. Gut. Der Arzneimischung. Regeniert Hälfte der gesamten LP. Kurzzeitig Anhalt, LP Regeneration. Der Arzneimischung, kurzzeitig Anhalt, Ausdauerschub, Stärkeschub. Und wie mache ich jetzt das? Es funktioniert jetzt. Es funktioniert jetzt. Blutig. Grob. Jetzt werden wir spät am Tag. Also gut, ich würde sagen, ab nächstes Mal gehen wir hier weiter. Wir haben schon, die Karte ist schon ein ganzes Stück offen. Und dann geht es hier Richtung Norden nach oben zu dieser Lurnia, glaube ich, oder so wie die heißt. Ja, liebe Leute, das war es also wieder von diesem Let's Play. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Dann gehen wir Richtung Norden, Richtung dieser, ich glaube Schule, Bibliothek oder sowas war das. Dann machen wir da weiter. Danke fürs Reinschauen. Abonniert gerne diesen Kanal für weitere Let's Play von Elden Ring. Bis dann. Peace.